Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin ist zur Person mit den meisten Followern auf der Social Media Plattform Instagram aufgestiegen. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Ronaldo hat mittlerweile mehr als 144 Millionen Abonnenten und überholte damit die Sängerin und Schauspielerin Celina Gomez, die im Jahr 2016 Sängerin Ariana Grande ablöste. Neymar nach Ronaldo die Nummer 2 unter den Fußballern der zweitbeliebteste Fußballer und gleichzeitig auch Sportler auf der Plattform ist Neymar von Paris Saint-Germain mit 104 Millionen Followern. Damit liegt der brasilianische Superstar auf dem 10. Gesamtrang. Mehr zu Cristiano Ronaldo. Bis zum nächsten Mal.